Derzeit passiert etwas wirklich Ungewöhnliches, was wir seit den 1990er Jahren nicht mehr gesehen haben, nämlich, dass man nicht weiß, was die Fed wirklich tun wird bei der nächsten Sitzung. Ja, man weiß, die Zinsen werden sinken, aber eben nicht um wie viel, 0,25 oder 0,5 Prozent. Und das ist insofern ungewöhnlich, als es eben auch eigentlich dem gesamten Vorgehen, dem gesamten Mindset der US-Notenbank-Fed widerspricht, die ja eine sogenannte Forward Guidance hat, also praktisch die Märkte immer rechtzeitig informiert, was sie tun wird, die Märkte nicht überraschen will. Und genau das ist jetzt die Situation, dass sie die Märkte möglicherweise doch überrascht, weil völlig offen ist, was passieren wird jetzt am kommenden Mittwoch. Und daher denken viele und sagen viele, auch in den USA, die sich mit der Fed sehr intensiv beschäftigt haben in den letzten Jahren, da wird eine Botschaft kommen, da wird irgendwas kommen, was durch die Fed gestreut wird, die ja nicht mehr sich äußern kann auf der Blackout-Period. Aber da wird etwas kommen, was die Märkte dann vorbereitet, was genau kommen wird, 0,25 oder 0,5 Prozent. Schauen wir uns hier die Geschichte mal an. Paul mag eigentlich nicht die Märkte überraschen und könnte deswegen Nick Timmerhaus wieder von Wall Street Journal ins Feld schicken, um den Märkten zu sagen, okay, so und so geht es aus. Wir sind jetzt um und bei aktuell bei einer Wahrscheinlichkeit sogar von 60 Prozent, dass die Fed am Mittwoch 0,5 senken wird. Das wird immer mehr, dementsprechend fällt der Dollar immer weiter, jetzt auch für den niedrigsten Stand des Jahres. Aber schauen wir uns zunächst nochmal an, was Jim Bianco hier wirklich aus meiner Sicht auf den Punkt bringt. Wenn die Fed jetzt nicht klar macht bis Mittwoch, dann wäre die sogenannte Forward Guidance tot, also dieses Prinzip, die Märkte vorab zu informieren, was man tun wird. Und wenn die Forward Guidance tot ist, also wenn dieses Prinzip nicht mehr angewandt würde, dann heißt das höhere Volatilität, höhere Unsicherheit an den Märkten. Und dazu kommt noch, dass wahrscheinlich jetzt für Paul im Vordergrund stehen wird, wenn er denn eine 0,5er Senkung haben will, nicht nur das nach außen zu kommunizieren, sondern auch nach innen irgendwie durchzusetzen, mit möglichst wenig Gegenwehr, also mit möglichst wenigen sogenannten Dissentern, also Leuten, die sagen, nee, bin ich nicht einverstanden. Denn der gute Jérôme, das sehen wir hier, ganz rechts sehen wir die Amtsseite von Jérôme Paul. Vorher gab es viel mehr Dissenter in einer Fed-Abstimmung, also Leute, die sagen, nö, bin ich nicht dafür. Jetzt ist das praktisch immer auf Null. Es gab mal ganz kleine Ausnahmen. Aber da gibt es jetzt einige Kandidaten, die sagen, also soweit man zumindest weiß, soweit man sich vorstellen kann anhand ihrer Aussagen, die sagen, ja, also 0,5, das finde ich too much. Wir wissen noch gar nicht, ob die Inflation wirklich nachhaltig besiegt ist. Wir wissen nicht, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Und jetzt würden wir die Zinsen so stark senken. Und das alles hat Folgen eben auf die Märkte. Wir sehen den Dollar jetzt, der niedrigster Stand seit Januar. Wir sehen den Dollar-Yen unter die Marke von 140. Abgleitend heute ja Feiertag in Japan, daher kein Handel, auch dünner Handel, weil auch in China ein Feiertag in China. Aber wir sehen, dass das vielleicht dann den Nikkei noch treffen könnte, wenn er denn wieder handelt. Wir sehen hier der Dollar jetzt an einer wichtigen Unterstützungsmarke. Da steht etwas auf dem Spiel, nämlich praktisch seit Sommer 2022 dieser latente Aufwärtstrend, den der Greenback gemacht hat. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie schnell das jetzt unten hier in dieser Grafik, wie schnell das jetzt gegangen ist mit den Zinssenkungserwartungen. Also mit der Erwartung, dass die Fette die Zinsen um 0,5 Prozent senken wird. Was haben wir in dieser Woche auf der Agenda? New York Manufacturing Index heute. Aber vor allem morgen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sind die Einzelhandelsumsätze und das könnte ein sehr, sehr wichtiges Datum werden morgen. Denn hier die Bank of America sagt, diese Zahlen werden deutlich schwächer reinkommen als erwartet. Minus 0,3. Während der Konsens der von Bloomberg befragten Analysten davon ausgeht 0,2 Prozent. Plus, also deutlich besser. Und der Konsument ist ja entscheidend in den USA. Der ist letztendlich die Triebfeder der US-Wirtschaft und auch der US-Märkte, nämlich der Aktienmärkte. Und wir sehen, wie diese Volatilität jetzt zunimmt, die Unsicherheit zunimmt. Wir hatten vorletzte Woche die schlechteste Woche des bisherigen Jahres 2024. Letzte Woche hatten wir die beste Woche des Jahres 2024. Einerseits eben auch durch die immer stärker werdenden Zinssenkungserwartungen. Und andererseits durch das Wiederaufleben der KI-Euphorie. Nvidia sehr, sehr stark im Plus. Vor allem Nvidia war der Treiber schlechthin. Aber auch eine Microsoft, eine Google, eine Meta, eine Amazon sehen wir im Plus. Es ist so das alte Schema, was man praktisch hier, oder wo man diese Grafik einmal so durchtrennen könnte. Von links unten nach rechts oben. Links oben eben Tag. Rechts unten eher Energie, alle anderen Bereiche. Also wir haben wieder das klassische Muster gesehen. Tag läuft gut, die anderen laufen nicht so gut. Statt vorher eben, die anderen laufen besser als Tag. Und jetzt die Frage natürlich, wie geht es mit der Konjunktur weiter? Ist die FED bereits hinter der Kurve? Ist das ohnehin zu spät? Egal was die FED macht, 0,25 oder 0,5. Weil wir vielleicht so oder so jetzt auf eine Rezession zusteuern. Und eine Zinssenkung eben lange dauert, bis sie wirkt. Und wir sehen hier interessante Aussagen von JP Morgans Chef, dem guten Jamie Dimon. Der sagt, ja, also wir könnten sogar eine Stagflation bekommen. Also eine stagnierende Wirtschaft, weil gleichzeitig weiter Inflationsdruck. Und vielleicht ist Gold ein Vorgriff darauf. Wir sehen, dass Gold bisher in diesem Jahr wie 2020 das bestlaufende Asset ist. Zweistellig im Plus ist, Gold war damals im Jahr 2020 das bestlaufende Asset. Weil es möglicherweise die steigende Inflation, die sehr stark steigende Inflation antizipiert hat. Jetzt steigt es vielleicht, weil man eben sich sagt, naja, die Inflation wird dann wieder steigen, wenn die jetzt anfangen, die Geldpolitik zu lockern. Also das könnte ein Punkt sein. Und schauen wir uns auf der anderen Seite. Wäre auch ein gutes Asset in der Stagflation, by the way. Schauen wir auf der anderen Seite mal so auf den Boden der Wirtschaft. Zum Beispiel Restaurants in den USA. Da sind wir jetzt, was die Stimmung respektive das Geschäft betrifft, diese Restaurants, auf dem tiefsten Stand seit 2021. Ergo, die Amerikaner gehen weniger auswärts essen. Auch das ein Zeichen, dass der Konsument Probleme hat. Und dass er Probleme hat, sehen wir hier, dass derzeit durchschnittlich 37,4 Prozent im Juli, die also mehr als ein Drittel hatten, Schwierigkeiten praktisch ihre Ausgaben überhaupt hinzukriegen, ihre Ausgaben zu finanzieren. Das schwankt in den verschiedenen Bundesstaaten zwischen 26 und 49 Prozent. Solche Bundesstaaten wie Mississippi, die besonders hier arm sind oder besonders betroffen sind. Also wir sehen, das ist schon sehr auf Kante genäht bei den Konsumenten. Das sind Sparvolumina extrem runter. Auf der anderen Seite die Kreditzinsen extrem hoch, die Kreditkartenverschuldung extrem hoch. Und das könnte die gerollene Antizipation sein, was kommt, nämlich eine Rezession. Hier sehen wir mal die Short-Term-Rates, die eine Rezession einpreisen. Also hier sehen wir, dass praktisch die Anleihenmärkte ohnehin schon länger sagen, okay, wir haben und werden eine Rezession bekommen, wir haben eine Endinvertierung der Zinskurve und jetzt kommt noch die Allianz. Und die sind ja Deutsche, und als solche sind die vom Mindset ein bisschen so klimafixiert, könnt ihr mal sagen. Und die sagen, also jetzt passt das mal auf. Bisher sind ja die Aktien in den USA immer um 11 Prozent gestiegen. Also bald wird es nicht mehr so sein, nur noch 5 Prozent wegen dem Klimawandel. Klimawandel und die Kosten des Klimawandels. Das ist klar, dass dann Aktien nicht mehr so steigen können wegen dem Klimawandel. Also das ist ja mal eine Prognose. Und wegen dem Klimawandel hat es jetzt auch China schwierig. Hier sehen wir in Hongkong wieder schwache Kurse oder auch in Festland China nach schwachen Daten, die wir über das Wochenende bekommen haben. Retail Sales schwächer, also Einzelhandelsumsätze, Industrie Production, Fixed Investment, also Bauinvestitionen, alles schwächer, die Arbeitslosigkeit höher. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, die Hauspreise sind weitergefallen, und zwar mit verschärfter Dynamik. Und das bedeutet, dieser Abwärtstrend am Immobilienmarkt geht weiter. Und solange der weitergeht, hat die chinesische Wirtschaft keine Chance, sich nachhaltig zu erholen, weil einfach das der Wertspeicher ist in China. Und dementsprechend sehen wir, dass die Kreditnachfrage extrem gering ist, weswegen auch eben aus China, was den Geldmengen Supply angeht, Money Supply angeht, eben eher deflationäre Impulse ausgehen werden. Die Entkoppelung ist ja ein Stück weit da. China ist etwa für die USA weniger wichtig geworden als Handelspartner. Aber die Chinesen offenkundig nehmen die Füße in die Hand und stimmen ab und entscheiden sich für Gold. Gold Trading Activity. Wir sehen, wie das hier explodiert ist. Wir sehen ja, dass die Anleiherenditen in China auf Allzeittief sind, weil man eben erwartet, dass sich die Wirtschaft nicht erholt. Und auch hierzulande dürfte die Wirtschaft eh schwierig haben. Glauben wir dem Ex-Porsche-Chefe Wiedeking. Und der sagt ja, also diese ganze Geschichte mit Volkswagen und diesen Regularien in Sachen CO2 und so weiter. 15 Milliarden Euro dürften nächstes Jahr fällig werden, wenn die Autoindustrie diese CO2-Vorgaben der EU nicht erfüllt. Und damit, sagt er, stranguliert man den wichtigsten Wirtschaftsfaktor, den Europa hat. Exakt, das ist sozusagen eine Art ökonomischer Selbstmord, den man hier beginnt. Und man hat Gesetze erlassen, die heute bei vielen Unternehmen zu Konsequenzen führen. Es wird Entlassungen geben zum Schaden der Menschen sein. Also wir zerstören letztendlich selber unseren Wohlstand, indem wir Vorgaben letztendlich oktroyieren auf Märkte, auf freie Märkte, die andere nicht haben, womit unsere Industrie in einem Wettbewerbsnachteil ist. Entweder es machen alle oder man kann es bleiben lassen, weil der Effekt sozusagen ohnehin gering ist. Und er sagt dann hier auch über die heutige Politikergeneration, a la Kühne, a la, wen hat er noch da rausgefischt, Frau Long. Natürlich ist er auch dabei. Die haben null Berufserfahrung, haben null Ahnung. Auch Habeck kommt bei ihm nicht gut weg. Und er sagt, wir bräuchten jetzt Leute mit Sach- und Fachkompetenz. Ich glaube, da hat der gute Herr Wedeking durchaus einen Punkt. Die Autoindustrie wiederum sagt, okay, die einzige Chance, dass wir diese Strafen umgehen, ist, dass wir jetzt weniger Autos produzieren, was aber letztendlich dann dazu führt, dass Werke überflüssig werden, noch mehr Leute entlassen werden. Also wir sehen, wie absurd diese ganze Geschichte hier geworden ist, dass wir dringend mal ein Umdenken brauchen. Das kommt aber nicht seitens der Bundesregierung, die sagt, nö, die gute Frau Lemke, nicht wahr, aus der ehemaligen, die sagt, also die sind jetzt zwar hinter ihren Zielen, aber das werden sie schon schaffen, nicht wahr? Sie haben es ja in den letzten Jahren auch geschafft. Also man lehnt das ab, dass hier diese CO2-Ziele gelockert werden und verschärft damit das ganze Problem noch weiter. Womit man kein Problem hat, wiederum, ist der Aufbau von weiterer Bürokratie. Hier sehen wir mal die verschiedenen Ministerien und ihre Wachstumsrate, vor allem das BMWK. Also in Sachen Wirtschaft, in Sachen Klima, da rüsten wir auf. Übrigens ist ja auch so, dass die Bundesregierung und alles, was dranhängt, die Ministerien die höchste Krankheitsrate haben in ganz Deutschland, prozentual gesehen, vor allem das Kulturministerium von Frau Roth. Da ist ja auch echt Stress an ihr, sagt, zeig mal, ja, da kannst du auch Burnout bekommen mal so auf die Schnelle. Also wir sehen, das ist schon echt eine falsche Orientierung, eine falsche Entscheidung. Wir blasen einen Verwaltungswasserkopf auf und zerstören gleichzeitig das, was uns irgendwie Wohlstand gesichert hat. Das kann man ja eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen. Also so doof kann man doch eigentlich gar nicht sein. Wir sind es und da kann man nur herzlich gratulieren. Mal schauen, wie lange das alles noch gut geht. Zwei Empfehlungen zum Schluss, meine Damen und Herren. Erste, FED senkt Zinsen um 50 Basispunkte, den Dollar rutscht. Die Märkte werden immer optimistischer, dass die FED diesen großen Schritt macht. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Ich denke, aus aktueller Sicht kann sich jederzeit ändern und als falsche weisen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist für eine 0,25 Versenkung. Mal sehen. Und die zweite ist die Vorfreude auf sinkende Zinsen. Trügerisch, Zinssenkungszyklen sind Rezessionszyklen. Also diesen beiden Artikel, meine Damen und Herren, zu Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Ich sage jetzt erst einmal Servus. Ciao.